Servus liebe Freunde der E-Mobilität. Habt euch das auch schon gefragt, warum ist es so schwierig Maßnahmen, die das Klima retten könnten umzusetzen? Ganz egal ob man jetzt denkt, dass das notwendig ist oder nicht, aber wir sehen wir haben ein riesen Ressourcenproblem. Wir können nicht auf ewige Zeiten Erdöl verbrennen, also wir brauchen Alternativen und ja man sieht es tut sich auch irgendwas beim Klima. Es gibt Änderungen, aber reagieren naja nicht so wirklich. Ich habe heute ein Video gesehen von Prof. Dr. Christian Rieck. Ich gebe den Link zu seinem Kanal unten in die Videobeschreibung. Ein wirklich interessanter Kanal, da geht es um Spieltheorie. Er ist ein Spieltheoretiker und ich sehe mir das immer sehr gerne an und heute habe ich ein Video gesehen und auf Basis dessen und auch auf Basis anderer Überlegungen, die ich schon in der Vergangenheit angestellt habe, denke ich, ich habe so halbwegs den Zugang gefunden, warum das so ein Riesenproblem ist. Da kommt jetzt auch ein bisschen die aktuelle Krise mit dem Virus vor und ja, wenn euch das alles interessiert, weil irgendwie hängt das auch alles zusammen und es ist gerade wunderschön, wie man das beobachten kann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, nach dem Intro sehen wir uns wieder. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Bitte vergesst nicht zu abonnieren, schaut in meinem Shop vorbei und ja, vielleicht gebt ihr mir auch einen Like, wenn euch das Video dann gefallen hat, beziehungsweise vielleicht setzt ihr auch noch die Abo Glocke. Ja, also was hinkt da jetzt zusammen mit was und was habe ich da zu sagen? Im Grunde sind es meiner Meinung nach drei Dinge. Das erste ist mal so ein ursprüngliches Verhalten, Fluchtverhalten, Reaktionsverhalten, wenn eine unmittelbare Gefahr droht. Das ist die eine Sache. Das zweite ist gesellschaftliche Normen. Was sehen wir als richtig und falsch an? Und das dritte ist der Umgang mit Risiko und Gefahr und die Abschätzung dessen. Ich möchte das jetzt Schritt für Schritt mal aufarbeiten. Also die Reaktion auf eine unmittelbare Gefahr. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in der Urzeit der Menschheit, stehen irgendwo als Gruppe auf einmal dem Säbelzahntiger gegenüber und wissen es gibt nur zwei Optionen, Flucht oder Angriff. Jetzt kommt es ganz darauf an, ob wir einen starken Führer haben, der uns anleitet ihm zu folgen. Der sagt, wir kämpfen gemeinsam den Säbelzahntiger nieder. Es kann sein, dass der eine oder andere stirbt dabei, aber in Summe für alle ist es ein Gewinn, denn wenn wir davonlaufen, kann es passieren, dass er jeden Einzelnen erwischt. Das werden sich dann, wenn es so einen starken Führer, so eine Anführungspersönlichkeit, einen Leader gibt, werden sich einige anschließen. Ganz einfach, weil sie dabei sein wollen, weil sie nicht feig sein wollen, weil sie mit dabei sein wollen bei dieser großen Aktion und vielleicht wird man es schaffen, den Tiger niederzuringen oder nicht. Das spielt dann auch gar keine große Rolle, Hauptsache man war dabei. So mehr das Olympische Motto, dabei sein ist alles. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, Flucht und meistens ist es so, wenn noch keiner schreit, greifen wir an und der Erste beginnt zu flüchten, dann sieht der Zweite das und beginnt auch zu flüchten und der Dritte und dann laufen alle davon. Vielleicht haben sie es geschafft dann, vielleicht schnappt er nur einen und die anderen können flüchten. Das ist eigentlich auch relativ irrelevant, aber es geht darum, dass wir erkennen, es gibt ein gewisses Verhalten und in einer Gruppe verhält man sich anders als eine Einzelperson. Also entweder Angriff oder Flucht. So, jetzt haben wir zurzeit ein Problem mit einem Virus und wir wissen, wir können nicht angreifen. Ja, nicht wirklich, denn wir haben nichts, um anzugreifen. Wir haben keine Impfung. Wir können eigentlich gar nicht viel tun. Das einzige, was wir tun können, ist gewisse Maßnahmen setzen oder wir können flüchten. Ja, flüchten geht gar nicht. Ja, wie soll man vor einem Virus flüchten? Man kann eigentlich nur Maßnahmen setzen und in den Regierungen haben viele unserer Führungspersönlichkeiten erkannt, dass das eine Chance ist, Führungsstärke zu zeigen und gesagt, ja, hier gibt es einen großen Feind. Es wurden ja sogar Vergleiche zu Kriegen gezogen und es gibt einen großen Feind. Wenn wir den gemeinsam angreifen, dann können wir den besiegen, dann können wir das schaffen. Es werden natürlich einige dabei sterben. Auch das wird immer angesprochen, aber gemeinsam schaffen wir das und der Schaden wird dadurch minimiert. Wie das mit der Klimakrise zu tun hat, da komme ich dann später dazu. Also nicht glauben, dass das jetzt so ein Geschwurbel rund um den Virus wird. So, jetzt kommen wir zum zweiten, die gesellschaftliche Norm. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten in unserer Gesellschaft, was richtig und was falsch ist. Nehmen wir ein Beispiel, das ist das SUV-Thema. Ein sehr leidiges Thema, denn da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, wie die richtige Fortbewegungsweise aussieht. Also es gibt Menschen, die sagen, ja, ich kaufe mir so ein SUV, weil ich kann da besser einsteigen, ich fühle mich sicherer, das ist für meinen Rücken gut, ich habe eine bessere Übersicht über die Straße, es macht mehr Spaß, ich kann mehr einladen, was auch immer. Tausend Gründe und man will das einfach haben. Dann gibt es vielleicht einen Golffahrer, der sagt, das ist eine absolute Frechheit. Das ist ein Wahnsinn, dieser Ressourcenverbrauch und meistens sitzt man sowieso nur alleine drinnen. Das geht in einem Golf auch und das ist viel schlauer und viel besser und spart und wirklich gut. Dann kann es aber vielleicht noch einen dritten geben, der fährt mit dem Fahrrad und der sagt, es ist auch ein Golf eigentlich viel zu groß. Ein Fahrrad reicht auch aus, um sich von A nach B zu bewegen und wenn ich mal weiter unterwegs bin, dann nehme ich eben die Eisenbahn. So, da sieht man schon, wie unterschiedlich die gesellschaftlichen Normen sein können. Es gibt aber in anderen Bereichen einen absoluten Konsens, wo es eigentlich gar nicht notwendig wäre, aber es gibt ein Beispiel. Das nächste Mal, wenn ihr einen Schnupfen habt, dann werft eure Taschentücher, Papiertaschentücher bitte nicht in den Müll, sondern sammelt die brav ein und dann, wenn ihr über die Straße geht, also in normalen Zeiten, wenn gerade nicht Corona-Krise ist, dann werft ihr die einfach so alle paar Meter mal ein Taschentuch auf die Straße. Es wird nicht lange dauern und jemand wird kommen und sagen, Moment mal, warum schmeißen sie den Mist hier weg? Genau genommen ist es vollkommen irrelevant, denn Taschentücher sind biologisch abbaubar und es ist nicht wirklich ein Umweltschaden. Das ist eigentlich ziemlich egal. Aber es ist nicht gesellschaftlich akzeptiert, es gibt eine Norm, man wirft das nicht einfach auf die Straße, dafür gibt es Behälter, weil das gefällt uns nicht, was auch immer. Es gibt einfach eine Norm. Ein Übereinkommen, was ist das richtige Verhalten und was ist das falsche Verhalten. Und immer, wenn es da Unterschiede gibt in diesen Sichtweisen, was ist das richtige und was ist das falsche Verhalten, dann führt das zu Konflikten. Das ist auch der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe zum Video vom Herrn Dr. Rieck. Gut, so jetzt gibt es noch vielleicht ein drittes Beispiel und zwar ihr fährt ein Auto, die meisten fahren eben immer noch Verbrennungskraft wegen und die verlieren ganz gerne Öl vorne bei der Ölwanne, weil mit der Zeit wird der Motor das Getriebe etwas undicht und dann tropft das immer, wenn das Auto steht, auf dem Boden. Und wir wissen, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dieses Öl eigentlich in der Umwelt nichts verloren hat, aber wenn jetzt jemand wo parkt und dann fährt er weg und dann ist so ein kleiner Ölfleck, wird niemand kommen und dem nachlaufen und sagen, hallo sofort in die Werkstatt, Sie verlieren Öl. Wird keiner tun. Es ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, dass es okay ist Öl zu verlieren, aber es ist nicht akzeptiert Taschentücher wegzuwerfen, obwohl die Auswirkungen des weggeworfenen Taschentuchs wesentlich geringer sind als des tropfenden Öls. So, das war der zweite Teil. Der dritte Teil ist der Umgang mit Risiko und wie wir das einschätzen, das aus der persönlichen Sicht, also wirklich aus dem das Individuum, wie schätzt es in einer bestimmten Situation Risiko ein. Ein Beispiel, man bucht einen Urlaubsflug, nicht zu jetzigen Zeiten, sondern einfach zu normalen Zeiten sozusagen und man hat eine Anreise von 50 Kilometern mit dem Auto zum Flughafen und dann hat man 5000 Kilometer Flug. Also eine wesentlich längere Flugstrecke als die Autostrecke. Trotzdem hat man oder sehr viele Menschen das Gefühl, dass die Fahrt mit dem Auto sicherer ist als der Flug mit dem Flugzeug, obwohl man beweisen kann mit harten Fakten und Zahlen, dass das nicht so ist. Also die Fahrt mit dem Auto ist definitiv wesentlich gefährlicher als der Flug mit dem Flugzeug. Warum ist das so? Das liegt unter anderem daran, dass wir, solange wir im Auto sitzen und selbst steuern, das Gefühl haben, wir haben die Kontrolle. Obwohl wir fast alle jemanden kennen, der bei einem Autounfall schon zu Schaden oder sogar zu Tode gekommen ist, haben wir das Gefühl, das Risiko einschätzen zu können. Und im Flugzeug sitzen wir irgendwo, vielleicht in Reihe 17, dann gibt es auch noch Turbulenzen, die keinen Einfluss auf die Sicherheit haben. Die meisten Unfälle mit Flugzeugen passieren nicht in Turbulenzen, sondern bei Start- und Landevorgängen. Das ist das gefährlichste. Aber so ein Flug mit möglichst wenig Passagieren an Bord irgendwo hinten, wo man das Gefühl hat, man ist ganz alleine und dann wird so richtig ruppig, dann setzt so richtig die Angst ein, obwohl wir alle wissen, dass das nicht gefährlicher ist als die Fahrt vom und zum Flughafen. Irrational, aber es ist so. Und dieses Gefühl für etwas, ob etwas sicher ist oder nicht und wie groß das Risiko ist und wie groß der Nutzen ist, das wird relativ früh festgelegt. Noch ein anderes Beispiel. Wir verwenden alle Smartphones, entweder von, die laufen mit Apple oder Google Betriebssystem in aller Regel und wir wissen, dass diese Unternehmen Daten sammeln. Aber mit dieser Datensammelei sind gewisse Funktionen verbunden. Wir könnten jetzt also hergehen und dieses Datensammeln komplett deaktivieren bei unseren Smartphones. Das geht, da gibt es auch Anleitungen im Internet dazu, aber wir geben dafür Funktionalität auf. Also wir haben dann gewisse Funktionen nicht mehr, die das Smartphone so spannend und interessant machen. Und deswegen entscheiden wir uns, diese Funktionen nicht abzuschalten, die allermeisten, auch die, die das wissen und gewissermaßen einschätzen können, weil sie sagen, okay, ich gewinne auch etwas dafür. Das Risiko ist, dass mit meinen Daten nicht so umgegangen wird, wie ich das gerne hätte. Das gibt es natürlich auch eben in ganz anderen Bereichen. Deswegen diese Risikobereitschaft. Es gibt Risikoforscher und die haben erforscht, dass zum Beispiel bei Kindern nur bis zur Pubertät dieses Gefühl für, was ist gefährlich und was ist nicht gefährlich, wie hoch ist das Risiko, was könnten die Auswirkungen sein, ist das bedrohlich oder nicht. Also das kann man im Wesentlichen als Kind vor allem bis zum Alter der Pubertät erlernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern schon in dieser Zeit mit den Kindern über Drogen, Alkohol, Gewalt, alles mögliche, vielleicht Extremsportarten und so weiter sprechen, damit die Kinder in diesem Alter, wo sie noch aufnahmefähig sind, ich glaube, es wird mir kaum jemand widersprechen, dass erst, wenn ein Kind in der Pubertät angelangt ist, es grundsätzlich einmal widerspricht dem, was die Eltern sagen und auch dem, was die Lehrer sagen. Also bis zu diesem Alter kann man das noch erlernen und danach nicht mehr. Das ist extrem interessant, weil das extrem wichtig ist, dieses Gefühl zu haben, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Und wir sehen alles, was wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht erlernt haben, so ein Grundgefühl, was für uns existenziell gefährdend sein kann und was nicht, das erlernen wir danach nur mehr sehr schwer. Das betrifft zum Beispiel auch das Verhalten im Straßenverkehr. Und nachdem die Klimakrise etwas eher Neues ist und wir das alle in unserer Kindheit eigentlich noch nicht thematisiert hatten. Und ja, das war für uns nie ein großes Thema. Aber bei den Kindern durchaus. Deswegen ist zu erklären, warum auf einmal die Kinder auf die Straße gehen. Denn da sind viele dabei, die hören das jetzt schon seit zehn Jahren und da waren sie selbst noch vor der Pubertät und haben das aufgesogen. Das ist gefährlich, das ist existenzbedrohend und haben das verinnerlicht. Und alle anderen, der Großteil der Bevölkerung hatte das noch nicht. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. So, wie schließt sich hier der Kreis? Also wir haben eine Bedrohung. Diese Klimakrise bedroht unsere Existenz. Wir haben relativ wenig Bezug dazu, weil es ist zum Beispiel ein Riesenproblem in der landwirtschaftlichen Produktion. Aber wer von uns produziert Lebensmittel? Unsere Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt und wenn wir etwas wollen, dann reißen wir einfach die nächste Packung auf. So einfach ist das. Allerdings der Landwirt, der merkt das schon längere Zeit, dass diese Wetterkapriolen und Klima ist ja nichts anderes als Wetter über einen längeren Zeitraum gemittelt. Aber dass sich dieses Wetter auf Dauer doch massiv verändert und Veränderung ist erstmal eine Herausforderung. In aller Regel muss man sich dem anpassen und das heißt nicht immer, dass es leichter wird. Das heißt meistens, dass es eher schwieriger wird. Weil das aber bei niemandem ankommt, dass wir ein Problem haben, weil wir nicht wirklich so betroffen sind. Es ist sogar eher im Gegenteil der Fall. Der durchschnittliche Städter wird sich freuen über trockenes und warmes Wetter, weil er dann eher seinen Freizeitaktivitäten nachgehen kann. Aber die, die es wirklich in erster Linie betrifft, die die Lebensmittel produzieren, die merken das natürlich viel eher. Aber das sind so wenige. Das sind nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung. Das ist ein marginaler Teil. Der hat keinen Einfluss. Man wird natürlich leichter einen Landwirt dazu bringen, für Klimaschutzmaßnahmen zu stimmen, wenn er das Gefühl hat, das ist für ihn gut, als einen, der nicht spürt, was das eigentlich bedeutet. Das hängt auch damit zusammen, dass in unserer westlichen Welt, die wir den Einfluss auf das alles haben, Lebensmittel eigentlich immer billiger und billiger und billiger wurden. Unser Problem sind eher Wohnkosten zum Beispiel oder sinkende Kaufkraft für Luxusartikel. Es ist leider so, natürlich kämpfen viele auch damit, dass sie sich überhaupt Lebensmittel kaufen können. Aber sehr viele Menschen, die viel konsumieren und die sind ja das Problem für die Klimakrise, weil die, die eh nichts kaufen können, die verursachen ja auch nicht viele Auswirkungen. Aber die, die viel konsumieren können, die haben nicht das Gefühl, dass es ein Problem gibt. Eben auch, wenn es zu Lebensmittelverteuerungen kommt, dann können sie sich das immer noch leisten. Denn ja, wer jeden Tag irgendwo ins Kaffeehaus gehen kann und dort einen Kaffee Latte um, weiß ich nicht, vier oder fünfzig kaufen kann, der hat nicht so dieses Riesenproblem. Der wird auch nicht merken, wenn Milch und Brot und so weiter ein bisschen teurer wird. Zehn Prozent, fünfzehn Prozent, zwanzig Prozent. Fällt nicht ins Gewicht für den Einzelnen. Aber insgesamt ist das natürlich eine Riesenauswirkung. Also diese Bedrohung ist für die alle meisten Menschen nicht unmittelbar vorhanden. Und wir haben es nicht geschafft, eine gesellschaftliche Norm einzuführen, dass besonders geringer Ressourcenverbrauch als das Optimum angesehen wird. Da gibt es natürlich jetzt Menschen, die wollen das lösen, dieses Problem. Ich nenne die immer ganz liebevoll Öko-Taliban. Die denken sich, wir müssen doch nur allen vorschreiben, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen sollen. Dann wird das schon funktionieren. Das Problem ist nur, dass diese kleine Gruppe dieser Menschen, die das wirklich gut meinen und die ganz oft abwertend als Gutmenschen bezeichnet werden, dass die so klein ist, dass die das nicht zur Norm erheben können, weil alle anderen das Gefühl haben, sie müssen dann auf etwas verzichten. Und warum sollen sie das runterschrauben? Es steht ihnen ja persönlich zu. Jeder sieht das nur aus seiner eigenen Perspektive. Warum soll ich auf etwas verzichten? Deswegen wird sich dieses Modell nicht durchsetzen, den anderen Menschen vorzuschreiben, sie sollen doch gefälligst weniger verbrauchen. Denn A, sie sehen gar keine unmittelbare Gefahr. Deswegen setzt auch weder ein Fluchtreflex ein, noch ein Bekämpfungsreflex. So wie wir das bei einer Gefahr kennen, die wir sehen vor uns oder wo wir glauben, sie sehen zu können. Das ist nämlich der nächste Punkt. Denn es ist gar nicht so wichtig, ob das wirklich eine echte Gefahr ist, sondern wenn es nur viele Menschen wiederholen, wenn es oft genug wiederholt wird, dann denken wir, dass es eine reale Gefahr ist. Da gibt es ein ganz nettes Experiment. In normalen Zeiten, wo viele Menschen auf den Straßen sind, also nicht jetzt, kann man sich mit einer kleinen Gruppe in der Innenstadt in einer Einkaufsstraße hinstellen. Fünf Personen. Man schaut irgendwo hinauf beim Haus und zeigt mit dem Finger hinauf und man unterhält sich und das wird nicht lange dauern. Andere Menschen kopieren sich dazu, werden ebenso schauen, werden ebenso sprechen, weil sie wissen wollen, ist da jetzt etwas Gutes für uns? Ist da etwas Schlechtes? Wenn etwas Gutes ist, dann wollen sie natürlich auch etwas Gutes für sich daraus ziehen. Das ist der Egoismus, ganz normal. Oder es ist etwas Schlechtes, dann schaue ich, was machen die anderen. Flüchten die, greifen die an. Das sind ganz normale Mechanismen. Das alles gibt es in der Klimakrise nicht. Die Klimakrise ist weit weg. Sie betrifft kaum jemanden und jeder denkt, er müsste verzichten. Außerdem kann keiner von uns abschätzen, was ist das Risiko, wenn uns diese Klimakrise wirklich ereilt. Also das persönliche Risiko. Was wird mich das kosten? Wird ich mich das Geld kosten? Wird mich das Leben kosten? Wird mich das Lebenszeit kosten? Wird mich das Chancen, Wohlstand oder was auch immer kosten? Wir können es alle nicht einordnen und es lässt sich auch nur verdammt schwer ausrechnen. Das ist ja auch das Problem. Aber selbst wenn man es ausrechnen könnte, man kann ja auch ausrechnen, dass Fliegen sicherer ist als Autofahren und deswegen fürchten sich trotzdem nicht weniger Menschen vor dem Fliegen. Also selbst wenn wir die Zahlen auf dem Tisch haben, es ist vollkommen irrelevant. Das heißt, eigentlich ist es ein so verstricktes Problem, dass wir es kaum lösen können. Denn wenn nicht alle bereit sind, etwas zu tun und wenn nicht alle das als Gefahr erkennen, dann werden auch unsere politischen Führer nicht vorangehen. Denn wenn es nicht so aussieht, als könnte man die Masse hinter sich versammeln im Kampf gegen die Klimakrise, dann wird kein Führer voranschreiten, weil dann steht er irgendwann alleine an der Front und alle anderen lachen ihn aus. Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen dahinter mitgehen und sagen, ja, wir sind dabei, wir bekämpfen das mit dir gemeinsam und als nächstes legen wir die gesellschaftliche Norm fest, was ist der richtige Ressourcenverbrauch, mit dem wir durch diese Krise kommen. Außerdem, und da sehen wir das globale Problem, selbst wenn das einer in einem Land macht, dann wird er nicht alle hinter sich vereinen können und es gibt keinen weltweiten Führer, keine Persönlichkeit, die weltweit alle hinter sich vereinen kann. Gerade jetzt gibt es die nicht. Es gibt keinen Präsidenten der USA, der allgemein anerkannt ist. Es gibt auch sonst keinen großen, auch keinen russischen Präsidenten. Das chinesische System ist schon gar nicht dazu geeignet, einen Konsens an den weltweiten zu schaffen. Also es gibt niemanden, der alle hinter sich vereint und vorprescht. Und wo dann alle das Gefühl haben, ja, wir haben jetzt gemeinsam einen Kampf gekämpft und wir haben das gemeinsam geschafft und gemeinsam gewonnen und dafür haben wir auch das ein oder andere Opfer den einen oder anderen Verzicht bringen müssen. Wir haben es aber trotzdem gemeinsam geschafft. Das wird es nicht geben und das gibt es nicht. Jetzt die einzige Chance meiner Meinung nach, wie wir das hinkriegen, ist, indem wir aus unserem Corona Problem lernen. Nämlich, dass es keinen Sinn hat, wenn jeder irgendetwas tut. Dass wir akkordierte gemeinsame Maßnahmen setzen müssen. Das kann man einfach mitnehmen, dass man, dass man nur dann gegen eine große Gefahr, gegen ein großes Problem eine Chance hat, wenn man akkordiert gemeinsam vorgeht. Und vielleicht können wir das mitnehmen und eventuell kommt ja jetzt auch eine größere Wirtschaftskrise, eine kleinere oder eine mittlere, haben wir ja schon. Es könnte auch ein größerer Crash kommen, was auch immer. Das weiß ja niemand genau. Aber die Hoffnung ist irgendwo, dass erkannt wird auch, dass die alte Industrie uns nicht retten wird. Denn es gibt neue Technologien und es ist immer so, wenn man im richtigen Moment auf die richtige Technologie setzt, dann gehört man zu den Gewinnern. Und das betrifft wiederum alle. Das betrifft alle Nationen dieser Welt, die ja in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen in der Weltwirtschaft. Wenn der Erste auf diesen Zug aufspringt, wenn der Erste sagt, ich weiß, hier ist der Vorteil. Das ist so, wenn alle beim Dach hinauf schauen und sagen, da oben gibt es einen Vorteil für mich. Wenn ich das erkenne, dann kann ich für mich persönlich einen Vorteil aus der ganzen Sache ziehen. Und wenn der Erste anfängt loszurennen und sagt, ich schaut her, das ist mein Erfolgsmodell oder die anderen sehen dann, ich habe das geschafft, ich habe umgestellt auf Green Technology und meine Wirtschaft boomt. Unseren Menschen geht es gut. Dann werden alle anderen sagen, warum sind wir so blöd, machen wir das doch auch. Das ist doch wirklich ein Riesenvorteil. Und nur so, nur auf diesem einen Weg kann sich das durchsetzen. Es gibt psychologisch gesehen keinen anderen Weg, wie wir diese Klimakrise bewältigen können. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, nein, das stimmt überhaupt nicht so, das muss ganz anders kommen, dann schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare hinein. Diskutiert das gerne aus. Vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Weg und ich täusche mich da komplett, aber ich denke, das ist so insgesamt relativ schlüssig. Und wenn wir so zurückschauen auf die letzten zehn Jahre, warum sich so wenig getan hat und warum jeder Klimagipfel irgendwo mehr oder weniger gescheitert ist, dann kann man das alles mit diesen psychologischen Phänomenen erklären. Schaut euch die Videos von Dr. Rick an. Es ist wirklich, wirklich immer sehr interessant, was man da alles aus diesen Spieltheorien ableiten kann und wie es wirklich ist. Und warum zum Beispiel jetzt der Ölpreis so im Keller ist, weil ganz einfach, weil das OPEC-Kartell die Amerikaner ein wenig bestrafen will, weil die nicht mitmachen und bis dato so viel Öl auf den Markt geschmissen haben, dass eigentlich der Preis unnötig niedrig war, aus deren Sicht zumindest. Und jetzt will man die bestrafen. Da hat er auch ein sehr gutes Video gemacht und vielleicht hat auch diese Streitigkeit am Ölmarkt jetzt dann längerfristig, mittellängerfristig die Ausgabe, dass der Ölpreis dann doch wieder ordentlich in die Höhe geht und dass dann andere Technologien leichter ihren Weg in den Markt finden können und dass das Ganze mehr an Dynamik bekommt. Denn eines steht auf jeden Fall fest, es muss sich mehr tun. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann bitte, bitte gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, schaut in meinem Shop vorbei, nutzt meinen Tesla Referral Code, was auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall in dieser Krise das allerbeste, dass wir das alle gut überstehen, dass alle gesund bleiben, dass wir das auch wirtschaftlich gut überstehen. Ich wünsche euch, wie gesagt, das aller allerbeste von meiner Seite und ich freue mich aufs nächste Video, wenn wir uns wiedersehen und wenn es wieder heißt Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Ciao. Ciao.